Hallo Menschen, ich grüße euch. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit der neuen Season auf oder in Tarkov. Ja, was erwartet euch heute? Heute erwarten euch zwei Quests, Quests, oh ich hasse dieses Wort. Und zwar Delivery from the Past und Shootout Picknick. Ja, und Facecam ist wieder nicht mit dabei, aber diesmal habe ich Verstärkung von Klaus und Benji. Also für Unterhaltung ist gesorgt. Ja, bleibt mir nur noch euch viel Spaß zu wünschen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Bleibt gesund. Ein Skepp-Kriegen gehört. Wäre für dich günstig. Schalter mich zurück. Ah, was trinken wir? Achso, ich wollte doch die Weste hinschmeißen. So, ich komme ins Haus. Ja. Nein, nicht mein Essen. Gut. Danke dir. Bitte. Ups. Mein Slickers. Slickers. Slickers, ja. Ne, hat sich, ich weiß nicht, habe ich mich verhört scheinbar. Aber, wo ich mal leid gespielt habe, wo ich gesagt habe, auch am fixen Raid auf Wurz, da randen ja auch schon drei Scaffs rum. Da bin ich auch hier bis vorne. Oh, ich sehe es, Scaff. Ich habe mich doch nicht verhört. Er ist hinten am Felsen. Ah, ich sehe ihn. Oh, links ist doch einer. Ja. Geht der kurz, geht der kurz. Ja. Au. Er schiesst auf dich, oder? Ja. Lassen wir ihn mal kommen, den Hund. Ob er kommt? Er hat aber nur meine Panzerhunde gebrochen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich renne mal rüber. Der muss ja gleich dahinter sein. Mach's hin, den dritten Felsen. Ja. Ich umrunde ihn mal. Ich umrunde rum. Umrunde rum. was zu trinken. Was zu trinken. Hi, Klaus. Wir brauchen dich. Echt? Du bist der Schlüsselmeister. Ah, da weht der Wind. Ja, genau. Und ich dachte, ihr braucht mich so. Ihr wollt nur mein Geld. Wir wollen nur dein Geld in deinen Körper. Der Rest interessiert uns nicht. Ja, war mir klar. Okay, ich bin häufig heute. Oh, Emilia. Gut. Alter, ich habe heute ein paar Mal gespielt. Was war das Zäder-Spiel? Du Leckmecher-Marsch. Ja, ja. Wo sagst du das? Benji? Ich habe nie so viel... Ja, erzähl weiter, Klaus. ...Eckenhocker gehabt. Ja. Ganz extrem. Ihr braucht Zollbüro oder den Maschinenschlüssel? Zollbüro. Maschinenschlüssel habe ich Benji schon gegeben. Komm, bezahlen wir einen Jungen. Er rennt. Wie bei Forrest Gump. Gleich fliegen da auch die Hufeisen weg. Aber, äh, nicht so prickelnd da auf Factory. Eiße. Na ja, gut. Wir sind zu viert, wenn Beutel da ist. Dann geht's. Ich habe vorhin mit Matze einen Scaff erschossen. Dann stand unten eine Nachricht, äh, deine Reputation mit Scaff, äh, Fans wurde, äh, reduziert. Ja. Wollen wir uns ja danken? Ja. Äh, dann steht hier auch, neutral oder nicht neutral. Ach nee, wir sind ja hier hinten. Wollte ich gerade sagen, wo wollt ihr hin? So, warte, ich guck mal schnell hier nach, nach, nach dem Stick. Ich, äh, wollte ich direkt in die rote Halle? Ja, eigentlich ja. Was ist denn das für ein Held? Oder warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, schmeiß mal eben deinen, äh, Rucksack runter. Oder, oder Weste, egal was. Ich pack da mal den Schlüssel rein. Ach, den Matze, den brauchst du da. Wem? Den, den, den Office-Key. Na, du wohl nicht? Erstmal nicht. Ach so. Ja, da gibt es eine Platze. Warte, Platze, ich tropp dich mal hoch, sag. Ja. Das ist der Kiel. Okay. So, merci. Kannst du nehmen. Boah, ich mich jetzt erschrocken. Boah, ich mich jetzt erschrocken. Alter. So, dann laufen wir hinten lang die Mütze. Aber du siehst aus. Sieht aus, ja. Geil, ne? Ich würde vielleicht mal versuchen, rüber zum Laster zu rennen. Wegen der blöden Uhr. Ach so? Ja, gibt es ja gleich hier drüben. Hm, gut. Ich versuche dein Glück. Könnte schon vorgehen. Gehen wir übers Z rein, Matze, oder? Können wir machen. Ist vielleicht vernünftig. Z, Z, Z. Oh, zwei Scaps. Einer läuft nach rechts, einer nach links. Okay. Da sind sie. Ich sehe sie. Fehlfunktion. Matze, bist du in der blauen Hütte vorne, oder was? Ich bin vorne. Ja, ich bin vorne. Ich bin Eingang rechts, ne? Ich komme. Ich sprinte hoch, wie ein Geistesgestörter. Ich sprinte hoch, wie ein Geistesgestörter. Ich bin vorne. Ach so. Gott, Gott. Ja, ja. Hast du den im Blick? Ich bin halb. Warte, ich gehe vor. Kommt, 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 kommt. Kommt, ich mache auf den Beton. Der muss da irgendwo stehen. Ja, klar ist er. Liegt. Gauber. Schönes Ding. Ist echt gut, diese Reflex-Mission, Matze. Ja. Finde ich auch. Hier ist nichts drin, was der Beutel immer erzählt hat. Im Mülleimer. Folder of Intelligence. Ich komme wieder runter. Wo seid ihr? Im großen Tor. Im großen Tor. Links. Links und rechts. Dem ist Spalier. Am großen Tor? Draußen? Nee. Wo du reingekommen bist. Ach so. Ach, da. Ich würde vielleicht hinten raus, oder? Ja, können wir ja auch. Also. Ey, Stadt, da steht doch nicht noch. Da steht nicht noch. Oh mein Gott. Dann war der auch nicht down. Ich habe bloß die Leidiger gesehen, oder? Ja, das war mein. Oh, scheiße. Alter, du brauchst eine Brille. Oh. Was? An dem Container, an dem da. Renn was, rennt was, rennt was. Renn was, Spieler. Ja, ja. Oder was ist Geff? Wo? Direkt ab, direkt ab. Au. Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, nee. Lebt er noch? Ja, der lebt. Der ist da. Er ist da. Er ist down. Er hat es hingelegt. Okay, er hat es. Habe ich ein Ohr-Näschreien hören? Ja, mich. Hat es dich zerlegt? Tote was. Oh, der liegt ja noch auf der Straße. Mist. Ich habe meine Jecke Backschrott in die Fresse gekriegt. Hä? Ich habe einen Jusek erschossen? Er war ein Spieler. Wann denn? Ja, das war ein Spieler gerade auf dem Parkplatz. Ach so. Ach du Kacke. Da sah es eine Ziffelmütze. Ich habe dich doch, das war ein Skeff. Den habe ich gar nicht gelootet. Scheiße. Darunter steht, was für ein Arsch. Ja, ja. Da ist mein Rucksack drin. Das wäre cool, wenn ich mir die Tropfen drin bin. Ach so. Benji. Warte, hier. Da schlüsseln man. Da. Welcher ist denn deiner? Der kleine, ne? Der kleine. Danke. Bitte. Gucken wir mal schnell zur Skeff-Hütte. Rauchst du aus, Skeffs? Klaus? Ja, ja. Ja, ja. Dann müsst ihr euch schneiden. Nö, wir wechseln uns halt ab. Oder wir rutsch. Du auch, oder was? Wir alle drei, oder was? Nee, ich nicht. Nee, nur ich. Liegt hier jetzt? Wie flachst du denn schon? Zwei. Drei. Okay. Ja, komm, dann machen wir jetzt die Map leer eben. Eben. Wo rennt ihr hin? Ich würde rüber zum versunkenen Dorf. Matze, oben im Berg aufpassen. Ja. Oh, schwer und am Pusten hier. Hm. Wer denn noch mal rüber? Ja, genau. Leck mich doch. Hat dich einer erschossen? Auf dem Zelt, ja. Im Zelt sitzt der? Ja, oder links oder rechts daneben, ich kann es dir nicht genau sagen. Ah, ich sehe dich, ok. Die Lubi. Die Lubi. Den hast du zerrissen. Die hat Risch gesessen. Ja. Da war noch einer. Noch einer drin im Zelt. Oder es ist der selbe Typ. Das kann sein, das ist der selbe Typ. Obi-Wan Kenobi. Ja, genau. Warum ist der da vorne? Er ist ganz hinten. Na, er ist tot, er ist tot. Ich hab ihn angeteilt. Super, super, super. Boah. Kann man trotzdem mit Bier mit Hilfe. Junge, Junge. Ne, Benji eigentlich einen. Der sei ja dann, dann waren es zwei. Achso, achso. Ich hab verstanden. Matze zwei. Mist, Mann. Was mit euch? Könnt ihr mich doch nicht allein lassen? Oh. Oh. Okay. Ich bin auch dort. Ah, da kamen noch drei. Scheiße. Da oben hat's. Hallo. Ich mach mal kurz was. Ob jetzt mein Mikro ist. Ich hab zwei Spieler erschossen, alter. Hallo. Ja, normal, ja. Gut, alles klar. Danke. Ich hab zwei Spieler erschossen. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ich hab zwei.